Horoskop für heute, Fische, 22. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Aufgrund der heute kleineren, herausfordernden Sonnenaspekte könnte die Motivation etwas nachlassen. Wenn das der Fall ist, ist das ein Signal, sich neu zu formieren oder einige Anpassungen vorzunehmen, bevor Sie weitermachen. Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie zu lange über eine vergangene Beziehung oder ein Problem nachgedacht haben und dies Sie unnötig belastet hat. Sie könnten Schuldgefühle, Unbehagen oder Verwirrung über Ihre tieferen Gefühle, Neigungen und Bindungen verspüren. Achten Sie darauf, dass diese Gefühle Ihr Glück nicht untergraben. Es kann heute schwierig sein, sich auf praktische Aufgaben zu konzentrieren, so sehr Sie das auch möchten, und es ist wichtig, sich Zeit für zusätzliche Ruhe und Reflexion zu nehmen. Stattdessen finden Sie es vielleicht besser, Zeit einem persönlichen Interesse oder einer Lernmöglichkeit zu widmen und gleichzeitig zu akzeptieren, dass Sie noch nicht alle Informationen haben, die Sie für endgültige Entscheidungen benötigen. Vermeiden Sie in den kommenden Tagen unbedingt Machtkämpfe oder Konflikte. Das kosmische Wetter ist von absoluter Dunkelheit geprägt. Während die Sonne durch den Himmel zittert, wird er auf eine Bombe treten, die vom Kraftpaket Pluto, dem Planeten der Zerstörung, gelegt wurde. Erwarten Sie, dass Sie sich heute nach Kontrolle oder Dominanz sehnen oder vielleicht auch Ihr Partner. Dies könnte großes Chaos zwischen Ihnen verursachen, das Sie letztendlich bereuen werden. Finden Sie einen Ort des Friedens und der Gelassenheit in Ihrem Inneren. Dort finden Sie auch Ihre Gnade. Wenn Ihre Ängste oder Unsicherheiten wie Dämonen in der Nacht aufsteigen, ist es besser, Ihrer Bosheit zu widerstehen, als Ihnen Kraft zu geben. Welche Art von Walk-Life-Balance wünschen Sie sich? In letzter Zeit haben Sie sich vielleicht machtlos gefühlt. Arbeit und Zuhause sind eine Menge, besonders da der Mond im Zwillingezeichen im Quadrat zu Saturn im rückläufigen Zustand in Ihrem Zeichen steht. Sie haben in allen Bereichen Ihres Lebens Verantwortung. Ganz zu schweigen davon, dass es in Ihrem Privatleben und in Ihrem Berufsleben Menschen gibt, die von Ihnen abhängig sind. Wenn Sie das Gefühl haben möchten, die Kontrolle zu haben, müssen Sie einen Zeitplan erstellen, der eine gesunde Walk-Life-Balance aufrecht erhält. Mit den heutigen Planetenpositionen werden Sie keine Probleme haben, sich auf Ihren Körper und seine verschiedenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Ein sehr lebendiges Gefühl in Ihrem Körper muss gefeiert und ihm große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ein Training, eine gesunde, ausgewogene Ernährung und viel Wasser sind alles Dinge, die Sie sich gönnen sollten. Tatsächlich kann der heutige Aspekt die Dinge erschweren, wenn das Richtige aufgrund von Faulheit oder Gleichgültigkeit ignoriert wird. Wachen Sie mit Ihrem Körper auf. Wenn die letzten Tage Ihre Moral etwas untergraben haben, wird sich das in den kommenden Stunden grundlegend ändern. Die Schwingungen des Tages werden in der Tat wohltuend sein und die Dinge werden sich positiv entwickeln, außer im Berufsleben, wo Sie auf einige Schwierigkeiten stoßen werden. Geben Sie nicht auf und arbeiten Sie mit Elan weiter und schon bald wird diese neue, positive Lebenseinstellung Früchte tragen. Sie sollten Vertrauen in sich selbst haben und es wagen, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben neue Projekte in Angriff zu nehmen. Während Venus ihr erstes Wochenende in ihrem Karriere-Sektor beginnt und dieses Berufsjahr belebt, betritt der Mond ihren Heim- und Familiensektor und erzeugt eine Opposition. Venus hat vor zwei Tagen einen abenteuerlichen Teil ihres Horoskops verlassen, wohl wissend, dass die Ankunft des Mars in ihrem Arbeitssektor Anfang nächsten Monats die arbeitsreichste Zeit des Jahres einleiten wird. Sie ermutigt Sie, diesen Übergang effektiv zu nutzen. Die letzten beiden Monate versprechen erhebliches Potenzial in den Bereichen Einkommen, Arbeit und Karriere und unterstreichen die entscheidende Notwendigkeit, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben aufrecht zu erhalten. Venus hat den abenteuerlichen Teil ihres Horoskops verlassen und Mars geht morgen in seine letzten zwei Wochen in ihrem romantischen Sektor, obwohl es immer noch Planeten gibt, die eine Mischung aus Romantik, Leidenschaft und Abenteuer zusammenhalten, aber das wird nicht immer der Fall sein. Venus hatte die Aufgabe, den Geist von Romantik und Abenteuer zusammenzubringen, und Mars in ihrem romantischen Sektor hat dabei geholfen, aber wenn er geht, wird diese Aufgabe Ihnen zufallen. Täglicher Planetenüberblick Manchmal ist es am besten, ruhig zu bleiben, auch wenn die Situation angespannt erscheint. Gleichzeitig ist es wichtig, auf Ihr körperliches und emotionales Wohlbefinden zu achten. Der Stress, Konflikte zu bewältigen oder Verantwortung zu übernehmen, kann Sie stark belasten, und es ist wichtig, auf sich selbst zu achten. Haben Sie sich in letzter Zeit zu sehr angestrengt oder sich erschöpft gefühlt? Dann ist es vielleicht an der Zeit, sich etwas zu gönnen. Ob es ein entspannender Saunabesuch, eine Massage oder einfach eine nahrhafte Mahlzeit ist, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um neue Energie zu tanken, kann Wunder für Ihre Stimmung und Ihr Denken bewirken. Lassen Sie uns nun über etwas anderes sprechen, die Sterne heben heute Ihren Ideenreichtum hervor. Sie sind voller kreativer und innovativer Gedanken, aber Sie stellen möglicherweise fest, dass Ihnen im Moment die Energie oder Begeisterung fehlt, um diese umzusetzen. Keine Sorge, das ist kein Zeichen dafür, dass Ihre Ideen nicht wertvoll sind, sondern nur, dass Sie möglicherweise etwas mehr Zeit zum Auftanken benötigen, bevor Sie sich in die Tat stürzen. Seien Sie ehrlich zu den Menschen in Ihrem Umfeld, was Ihre Gefühle angeht. Lassen Sie sie wissen, dass Sie zwar immer voller Inspiration sind, aber etwas Zeit zum Ausruhen und Erholen benötigen, bevor Sie neue Pläne in Angriff nehmen. Es ist in Ordnung, einen Schritt zurückzutreten und Ihr emotionales Wohlbefinden zu pflegen. Ihre Lieben werden das verstehen. Tatsächlich ist Ihre Fähigkeit, Klarheit und fundierte Ratschläge zu geben, heute eine Ihrer größten Gaben. Die Leute suchen Sie vielleicht um Rat, weil Sie die Dinge klar sehen, selbst wenn Emotionen das Bild trüben. Denken Sie an eine Situation, in der sich jemand kürzlich an Sie gewandt hat, um Hilfe zu erhalten. Wie war es für Sie, Ihre Erkenntnisse anzubieten und zu sehen, wie sich die Situation von selbst löste? Sie haben die einzigartige Gabe, konstruktive Lösungen auf den Tisch zu bringen, und heute ist ein Tag, an dem diese Gabe noch heller erstrahlt. Ob Sie einem Freund Ratschläge erteilen oder eine schwierige Entscheidung bei der Arbeit treffen, Ihre Fähigkeit, ruhig und objektiv zu bleiben, wird zum Erfolg führen. Und wenn wir schon von Erfolg sprechen, im Moment scheint Sie weder beruflich noch finanziell aufzuhalten. Sie sind in Fahrt und alles, wofür Sie Ihre Energie einsetzen, scheint zu funktionieren. Wenn Sie darüber nachgedacht haben, eine Investition zu tätigen oder einen finanziellen Schritt zu wagen, geben Ihnen die Sterne heute grünes Licht. In Geldangelegenheiten sind Sie auf der Erfolgsspur, also vertrauen Sie sich selbst und Ihrer Intuition. Wenn Sie etwas zusätzliches Geld haben, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, in etwas zu investieren, das Ihnen in Zukunft Vorteile bringen wird. Sie müssen sich keine Sorgen machen, das Universum unterstützt Sie dabei, kluge und erfolgreiche Entscheidungen zu treffen.